Da wird auch Krach gemacht, siehst du? Ist das so, wie weiß ich dich, ey. So, wie weiß ich dich, ey. So, wie weiß ich dich, ey. Den würde ich aufschreiben und die Frau, die mich fotografiert hat. Ey, jetzt mach du mal ein Video, ey, doch, als Beweis dafür. Hier, guck mal rechts, bitte, guck mal rechts, der Typ, was der Scheiße baut. Aber doch nicht bitten in die Nacht, ey, es spinnen die Leute. Doch nicht bitten in die Nacht, ey, darf man das nie, ne? Und dafür seid ihr aufgenommen oder nicht? Um 6 Uhr kann man sperren oder nicht rauszustellen. Was? Um 6 Uhr kann man sperren oder nicht rauszustellen. Dafür werden wir aufgenommen von den Leuten. Der Scheiß-Typ da unten, der Scheiß-Klinik da unten rauspufft nicht. Der wird nicht aufgenommen, gar nicht. Wir werden aufgenommen, der nicht. Wir werden aufgeschrieben, der nicht. Wir werden uns beschwert bei der VKW-SBG. Und wir nicht. Ja. So, ihr kriegt das die ganze Zeit mit, Leute. Da ist doch einer, der macht ruhestellende Lärm. Wenn ihr fragen sollt, ich habe sogar Beweis wieder gemacht, wer das soll ich bei YouTube veröffentlichen. Sondern nur von unseren guten Anbieter aus Filmen würde. Am Wald. Habe ich das Beweis wieder erstellt. Dass wir nicht die Einzigen sind, die nachts laut sind. Und damit um uns besichtigt, zichtig wird, ne? Ja. Hi. Herzlichen Dank. Okay. 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 Let's see the road go ball. Genau, du hast auch nicht gewaschen, ne? Du weißt ja, vor kurzem gewaschen. Dann waren wir vier Tage.